Yo Bait, was geht? UFC Turnier aus Città Gegen wen spielst du jetzt? Ersin Also wo ist der? Ja ok, du hast Ersin Disqualifikation Der Winner ist Baitullah Baba, take the Nein, das war bei Youtube Ok geil, was sagst du dazu? Sag mal so, wer gewinnt der hat seinen Hack gewonnen Ok, danke, ciao! Ich bin dran Oder ich bin dran Ich spiel gegen gegen Yassin Ich spiel gegen Yassin Bruder Ja Mann Habibi, ich spiel gegen Janda Yassin Yassin, wie meine ich spiel gegen Janda Der Gewinner von dir kann mal weiterkommen Ich hab so einen psychischen Druck Ich versteh das nicht, Alter Ich mach grazie Ich mach grazie Ich mach grazie Ich mach grazie Der hat geschickt Oh, ich hab eine Ich mach das 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 Uh, stark Junge. Boah, wie heißt der Wadda? Oh, hier. Hey, Bruder, das gibt's nicht. Was ist denn los hier, ey? Yo, yo, yo. Oh, jetzt, Bruder, die Fresse, Junge. Der ist nicht da, der ist nicht die Jump, Bruder. Ne gehen wir mal? Was ist denn da? Boah, auf Kopf, Bruder, muss auf Kopf, oder? Der ist gerade auf Kopf. Ich bin jetzt gerade auf Kopf. Oh, das ist ein Tag, Bruder. Du, 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 du. Ja, Bruder. Bruder, wir sind beide so angespannt. Ja, Bruder. Bruder, ich gegen Yassin Park gar nicht. Ja, ne. Ich hab mich schon so ausgerechnet, wie ich von den Loser- Bruder, wann halt meinen Kopf denn mal hier endlich? Das halte ich. Nächste Runde vielleicht. Ich dachte, ich hab schon ausgerechnet, wie ich von Loser-Breck-It noch Finale kommt. Bruder, Yassin, Bro. Bruder, was machst du denn jetzt? Machst du weg? Ich hab mal locker, Bro. Setz mich mal hier nicht. Unterdruckt hier! Mein Gott hier! Wo sind wir denn hier? Auf die Fresse, Bruder! Auf die Fresse, Mann! Geil, Alter! Nein, Bruder, ich schiebe dich, Wallah! Ich hatte so'n Druck, ey! Ich hatte so'n Druck, ey! Bruder, ich hatte so'n Druck! Ich hatte so'n Druck, Bruder! Normal, Bruder! Ich hätte aber... Ey, ich hätte auch Druck. Das ist unser Bonus. Okay, ey, wen nimmst du? Ich hab noch nie den genommen, den ich wollte. Sag mal, wen du willst. Ich nehme MacGregor, aber komm doch mal auf die Gewichtsklasse. Ich nehme MacGregor, so. Ich will Trossal, du, ich bin ehrlich. Ja, okay, komm, dann lass diese. Ist das okay mit Deiner und Schönheit? Was? Ist das okay mit Deiner Gewichtsklasse? Ja. Ja, welche? Du mal R2? Ich glaube, der hat keine, ehrlich. Siehst du, der andere Pinnons? Ach so! Ja, okay, lass das annehmen. Okay, Bonne Chance! Ah, Bruder! So, nochmal hier, live. Viel Glück! Wo ist der Hashtag hier, Bruder? Auf der Tastatur. Ah, Bruder, ich hab vergessen. Geil, egal. Lass den Hashtag geben. Okay. Was? Gib den Nachmittag, Finale? Wir haben den Hashtag gewonnen. Was? Gib den Nachmittag, Finale? Der Springer. Der. Boah, das war Terbe. Kann einer auch diesen Kick? Ja, ich weiß nicht, was. Diesen Tornado Kick? Krass, Anton. Ey, was macht der? Oder Ende? Ne, ich weiß nicht, wo man da mit R2 schlägt. Auf Oberkopf. Ja? Na ja, also hier. Auf dem Boden da. Auf dem Boden da. Na, haut es auf dem Boden. Ohhhh, wow, wow, wow. Risky. Scheiß doch. Scheiß doch. Boah, Alter war stark, Junge. Ja, ja. No, dude, ich find das jetzt. Ja, alt ist die��elheit. Bruder, ich schwöre. Himmelsch. Wir wissen nicht. Ich dachte, diese Aldo, die sind aus Anfos. Wie? Eben oder was? Ja, meine Güven, die haben Penny ja mit dem ganzen Mal gespielt. Was denn? Die ganze Zeit einen Mal sind diese Aldo, wir gespielt. Ja. Und diese Dom Agnios, oder wie der heißt? mit dem hat er noch nie gespielt achso, echt? dachte er selber das ist der oder was? ich dachte auch Wollower, Bruder und das ist ein abgefalltes Spiel, Alter und ich will sagen warum? ne warum? weil einer direkt Knockout gegen geht geht du bis jetzt immer? der hat direkt Knockout in die Linie, das war nicht so duf, duf, duf achso aber einmal ist weg ich habe diese Reichweite glaube ich ein bisschen ne ne ja, wie schaffst du das Bruder, dass du das so bekommst? das ist so ein Glück halt, in einer zweiten lang? das geht nicht immer das voll schwer das abzuwehren diese Kicks, wo mir das abwehren ist das war so Glück die ganze Zeit, dass er einfach diese Kicks macht, wobei ich das gemacht habe das kommt so selten eigentlich ah diese Kicks zu abwehren? nein nein, der geht in diese, der mit dem down take auf einmal, der gibt den Kicks in den Kopf so während er das macht wo es noch nie tut ich mache das so ein bisschen dix schifft scheiße ein nein ein ein Der ist eine Schubbocken. Was ist das? Er hat das? Nein. Nein. Wir haben hier schon versucht, die Schubbocken. Nein? Nein. Das ist ein Ausdruck. Das wird nach Punkten, glaube ich. Eigentlich noch diese nach 5 Punkten machen, oder? Ne, ne, warte mal, da gibt's keine... Also das meint's nicht? Ich hab auch jetzt stark... Du bist jetzt alle gewonnen, oder was? Mhm. Oh je. Ich hoffe, ne? Aber es ist spannend, das zu trainieren, gewinnen, trainieren und das gerne. Ja, ja. Das ist halbe Planner. Ja. Aber weißt du, was auch krass ist? Diese werden beide gleichzeitig hoch springen, Bruder. Ja, ja. Das bringt's einfach nicht. Ach wohl. Bruder. Nein! Scheiße! Nein! 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 Ja! 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 Erkenntisch! Ja, das war anders! Ja, das war anders! Ja, das war gut! Meine Fäuste waren unten. Ich bin down-take gegangen, auf einmal der gewisse Kick. Wow! Kannst du verloren? Ja! Warte ernst! Du hast dich gesehen, diesen Knockout, oder? Nein! Oh, cool! Willst du heute runtergehen? Joooo! Hast du wieder McGregory gemacht? Du hast eine Regeneration, das war so langsam zu werden. Ja, ja, ja!